Ein weiterer White-Protein-Brownie von Fitnessshock ist die fruchtige Sorte Lemon & Poppy. Bei dieser Sorte riecht man bereits beim Auspacken, dass es sich hier um eine zitronige Sorte handelt. Und auch bei diesem Brownie ist die Schokohülle super knackig. Im Inneren befindet sich eine saftige, gelbe Masse, die mit einigen Mohnsamen versehen wurde. Selbst wenn man nicht wissen würde, welche Sorte man vor sich hat, der zitronige Duft verrät es sofort. Die zitronige Note ist zu keinem Zeitpunkt sauer oder künstlich. Es schmeckt wie ein süßlicher Zitronenkuchen. Hier wurde die perfekte Dosierung bezüglich der Süße angewandt. Weder zu viel noch zu wenig, sondern genau richtig, sodass man Lust bekommt, mehr davon essen zu wollen. Trifft man auf die Mohnsamen, spürt man beim Essen einen leichten Crunch. Geschmacklich merkt man jedoch nichts von diesen kleinen Körnchen. Eine Empfehlung meinerseits geht für diese Sorte trotzdem raus. Denn wenn man Zitronenkuchen mag, wird man mit diesem glasierten runden Proteinsnack definitiv seine Geschmacksfreude haben.